Wala, nein. Och, Leute. Kennt man die? Nein, kennt man nicht, nein. Die haben mir geschrieben, weil bei Warnung eingeschränkt. Warum? Wieder? Nein, vorhin. Keine Ahnung, Wala. Die wollen dich fallen sehen. Aua, aua, wollen die mit dir machen. Aua, aua. Oder? Soll ich dir was erzählen? Erzähl. Die wollen mich seit 25 Jahren fallen sehen. Ehrlich jetzt? Doch stehe ich hier. Ey, bitte sag das nicht, ja? Ich glaube nicht, dass jemand dich fallen sehen will. Wer? Ist egal, wer. Ich nenne keinen Namen, aber seit 25 Jahren doch sitze ich hier. BUSHIDO, ne? Ach, BUSHIDO, Alter. BUSHIDO. Wala, BUSHIDO, Alter, wala, wenn ihr wisstet, was ich... Ola, BUSHIDO ist wirklich ein Maskera, ja? Okay, man kann verstehen, Streit und so, man streitet sich ein bisschen, aber so weit bringen, Alter, wala, und ich schwöre auf alles, ja? Der BUSHIDO ist aua, aua. Guck mal, das musst du wissen. BUSHIDO kann nur reden. Nix mehr. Also sagst du, er ist ein Maskera-mäßig. Sagst du das? Kann man, könnte man so auch nennen, ja. Aber warum, warum, warum denkst du, dass das ein Maskera ist? Warum denkst du so? Wie du hast gesagt, er ist ein Maskera. Ja, aber warum ist deine Wahrnehmung auch so, wie ich gesagt habe? Warum denkst du auch so? Ich denke das nicht, Bruder, wallah, ich denke das nicht. Ich weiß es. So, du weißt es. Denken und Wissen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ja, aber solange, solange gut mit dir war, war er kein Maskera. Hallo. BUSHIDO. Ich kann dir Sachen erzählen. Guck mal, wo wir privat telefonieren und so, ja. Ich habe dir nie, ich habe nie etwas gesagt bis jetzt. Noch nie. Ich schaue auf alles. Und wir haben noch nie über ihn geredet, Timi. Bei Allah, ich meine das ernst. Was ist, was kriegst du da jetzt wieder? Cannellone oder so, ja. Wollen wir spielen oder nicht? Was ist Cannellone? Und diese Cannellone, Cannellone, keine Ahnung. Ist das Pizza? Wollen wir Klingelstreich, ja oder nein? Dann gehe ich wieder zum Zimmer. Aber wenn du normalen Menschen willst, bleibe ich hier. Nein, mach normal. Du willst essen jetzt erstmal. Wie willst du jetzt aufstehen von Essen und so? Ich habe es stark, stark, stark. Iss mal erstmal in Ruhe. Da ist Schwein, wie da ist Schwein, was labert hier, Leute? Wollen wir, mach mir doch keine Angst. Warum ist die, warum ist der Karton verbrannt? Ja, weil ich das in Herde drin war. Mit Karton? Und wo steht Schwein, Leute, was labert hier doch? Nein, ich glaube, da ist kein Schwein drin. Das ist ohne Fleisch, was für Schwein. Ja, wenn da kein Fleisch ist, dann ist kein Schwein. Dann ist ja gar kein Fleisch drin. Nein, aber... Fleisch fett von Schwein. Wie kannst du das in den Ofen mit Karton reinlegen? Ja, wie sonst? Was, wie sonst? Ist da nicht noch so ein Teil? Kannst du abmachen, so ein silbernes Teil? Aus Alu? Nein, das ist kein Schwein, Leute. Hey, das Ding wird jetzt... Weißt du, was das schmeckt? Nach Verbrennung. Nach verbranntem. Nein. Probier mal. Leute, macht die Rosen voll. Jeder der Rosen schickt plötzlich weg. Hey, Bushido-Anzahl. Du, Andanker, Ritter. Nein. Bushido-Anzahl von Rosen. Ja, der war gut. Leute, macht die Rosen voll. Genau 31er. Leute, kommt, gib Gas jetzt. Inshallah, bei mal zwei. Alles mal zwei. Jasmin, René. Leute, alles mal zwei. Alles mal zwei. Axim, danke. Doktor Don, danke. Weiter, 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 weiter. Mladio, danke. Antelipe, danke. Weiter, 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 weiter. Mladio, du Ehre, Mann. Alles mal zwei. Mladio, plus weggeklaut. Mladio, du Ehre, Mann. Doktor Don, danke. Danke, danke. Nein, weiter, 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 weiter. Antepli, danke, danke. For free! Antepli, danke, danke. das war stark alter das war kamikaze bruder das war kamikaze leute leitet alle durch bis hunderttausend likes leute kommt alle durchschlägen leute leute schreibt mir mal unten wer alle jeder der booster hat aber bei wem soll ich klingelstreich machen wenn ich verlieren sollte